Hallo und ein herzliches Servus, ich bin der Luca von Brickabreck und heute schauen wir uns gemeinsam an, welche Neuheiten uns Lego im ersten Halbjahr 2021 in der Star Wars Serie so alles beschert hat. Wir sprechen hier heute die Neuheiten ein bisschen durch, also am besten schnappt ihr euch ein paar Kekse, was auch immer sonst noch so von Weihnachten übrig geblieben ist. Ich habe mir hier auch noch eine Teetasse hergestellt und ich habe leider hier keinen physischen Katalog zur Hand, ich habe da leider noch keinen Zugriff drauf, deshalb musste ich hier mit der Online-Variante Vorlieb nehmen. Ich habe ein bisschen mit der Technik gespielt hier, ich bin zuversichtlich, dass wir das hinkriegen und ich glaube wir machen uns einfach eine gemütliche Viertelstunde. Zu Beginn noch ein kleiner Disclaimer, alles was ich hier zu den Neuheiten sage, ist meine Meinung, meine Einschätzung der Dinge, die ist erstens keinesfalls in Stein gemeißelt, kann sich also im Laufe des Jahres noch ändern und zweitens möchte ich die euch auf gar keinen Fall aufdringen. Bitte habt eine eigene Meinung, bildet euch eine eigene Meinung zu den Lego-Sets und ich würde mich freuen, wenn ihr mir die auch unten in die Kommentare schreibt. Ich mag es ja sehr, sehr gern, mich mit euch in den Kommentaren auszutauschen. Das war auch der Grund für die Gründung des Kanals, hier der Austausch in der Community untereinander. Und ich glaube, das war es mal hier zu Beginn, ein paar Hinweise und dann können wir starten. Also wir haben hier die Startseite, Lego-Katalog 2021, seht ihr hier die Maus? Ich hoffe es. 2021, Januar, Juni, ich switche hier mal in den Browser. So, 2021, Januar, Juni, wir schauen gleich mal weiter ins Inhaltsverzeichnis. Star Wars ist auf der Seite 180, ich bin top vorbereitet hier. Tippen wir mal schnell ein und schwuppsdiwupps, wir sind hier. Lego Star Wars beginnt mit einem Microfighter, Millennium Falcon Microfighter, der ist soweit ich weiß neu. Beim alten, glaube ich, war noch Chewbacca hier im Cockpit, hier haben wir wieder Han Solo. Dann hier Mandalorian, A Child, das Kind, Spoiler kurz, Baby Yoda ist nicht der offizielle Name. Soll ich den offiziellen Namen hier erwähnen? Ne, ich lasse es weg, ich weiß ja nicht, wie viele von euch hier Mandalorian geschaut haben. UVP 79,99 gibt es im Angebot auch, glaube ich, schon unter 60, ist aber jetzt keine Neuheit. Dann haben wir hier, das ist eine Neuheit, steht neu dabei, Februar, Ärger auf Tatooine, UVP 29,99. Wir haben hier Baby Yoda, alias das Kind, alias den Namen, den ich nicht spoilern möchte. Dann hier den Mandalorianer in seiner Beska-Ausrüstung in der Razorcrest und dem AT-ST Raider war er ja noch in der alten Rüstung. Dann haben wir hier noch einen Tusken Räuber, 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 Halleluja, Deutsch-Englisch gemischt. Einen Tusken Raider, also einen Tusken Räuber, wie es dann die eingedeutschte Variante wäre, hier mit so einer riesen Armbrust. Ich finde das Ding irgendwie geil, ich habe die Szene aus der Staffel, also aus der Folge gesehen. Ja, ich meine, es fehlen ein paar Charaktere dann noch, die man hier in der Szene noch gesehen hat, aber ansonsten so eine Hütte von den Tusken hatten wir, glaube ich, noch nie. Wir hatten Jodas Hütte, wir hatten Obi-Wans Hütte jetzt noch, aber eine Tusken Hütte hatten wir noch nicht. Von dem her finde ich cool, hier mit Feuerplatz. Die Figur fehlt mir sowieso noch, ich habe leider noch keinen Tusken Raider, von dem her passt das, glaube ich, ganz gut. Das Set möchte ich mir auf alle Fälle holen, finde ich cool und mit Angeboten, mit den nötigen, glaube ich, ist man da locker unter 25, wenn nicht sogar bei 20 Euro. Und da, glaube ich, kann man dann bedenkenlos zuschlagen. Auch der Speeder hier, cooles Design, sowas hatten wir bisher auch noch nicht. Finde ich super, mal was Neues, passt, gehört in die Star Wars Serie sicher auch dazu. Normalerweise hat sich Star Wars in den letzten Jahren dadurch ausgezeichnet, dass ziemlich viele Wiederholungen erschienen sind. Wir alle wissen, oder wir alle kennen die Geschichte von der unendlichen Story über Luke's Landspeeder, die 112. Variante, oder wie viel wir auch immer schon haben. Hier haben wir was ähnliches, quasi auch eine Neuauflage von alten Sets, allerdings deutlich reduziert, sowohl was die Teile, also die Teileanzahl, als auch den Preis angeht. Wir haben hier einmal 75,301 Luke Skywalker's X-Wing Fighter für einen 49,99. Die Vorgänger-Variante hat noch das Doppelte gekostet. Und wir haben den Imperial Tie Fighter für einen 39,99. Die letzte Variante war, glaube ich, bei 70 Euro. Ich hatte noch die, die damals 50 Euro gekostet, das war noch mit Darth Maul auf der Verpackung, also ewig her schon. Ich glaube, 2012, 2013, sowas in der Art. Ja, ich meine, der schaut okay aus, so das Größenverhältnis passt eigentlich, bin angenehm davon, überrascht. Nur zu meinen wird er nicht passen, also meiner ist von den Flügeln her deutlich größer und dann einmal großen Bruder und kleinen Bruder daneben. Das schaut, glaube ich, nach nicht viel aus, von dem her werde ich mir den Tie Fighter nicht holen. Ich meine, Figuren sind cool dabei, Tie Fighter Pilot, Protokollruide, Stormtrooper, klassisch, geht immer. Aber ich glaube, da, also für den Preis, da kann man sich, wenn man noch keine hat, da auch sicher eine Armee von 2-3, Armee, also eine Flotte von 2-3 hier, so ein Kampfgeschwader, glaube ich, heißt es dann, nebeneinander stellen. Von dem her passt es gut, aber zu den bestehenden finde ich den jetzt nicht unbedingt so perfekt passend. Im Gegenteil, der hier passt von der Größe eigentlich relativ gut zu den aktuellen. Die Cockpitscheibe ist dieselbe, gut ist sie hier auch, aber auch die Flügel sind von der Größe her und die Triebwerke und was das angeht, die sind, glaube ich, schon auf der Höhe, wie es die aktuellen, wie es die alten, wie es die alten X-Wing-Sets sind oder auch wie der aktuelle von Poe Dameron, den gibt es ja auch noch, den orange-weißen. Ich habe den Vergleich von Brickstory gesehen, also so von der Größe her sind sich die gar nicht mal so unähnlich, der von 2008 und der jetzt hier von 2021. Es gibt ein, zwei Nachteile, die mir jetzt schon nicht so gut gefallen hier. Die Landekufe zum Beispiel kann man nicht einklappen, leider, das finde ich ein bisschen schade. Und die Flügel kann man zwar hier durch so einen Knopf auseinanderdrücken, finde ich cool, solche Funktionen hatten wir bisher nicht. Da gab es nur diesen Schieberegler, wie jetzt bei Poe Dameron oder bei dem von 2018 oder ein Zahnrad bei den noch älteren. Hier mal mit dem Knopf, neue Lösung, okay, eigentlich cool. Gibt auch Technik-Liftarme hinten drin, Technik mag ich, von dem her finde ich das ganz passend. Allerdings sind die nicht ganz so stabil. Na, ein bisschen dran schütteln, dann gehen die wieder zusammen. Ich glaube, da werde ich ein bisschen mocken vielleicht, mal schauen. Aber der gefällt mir sonst eigentlich ganz gut. Da vorne werde ich schauen, ob ich da nicht noch eine andere Variante finde, den Spitz hier darzustellen. Da bin ich nicht ganz so überzeugt davon. Mal schauen, aber den möchte ich mir holen. 4999 ist jetzt, ja, 400 irgendwas Teile. Bei vier Figuren, gehen wir mal kurz die Figuren durch, R2-D2, passt, gehört rein, Luke Skywalker, natürlich, klar. Einen neuen General, den hatten wir hier so noch nicht, super Idee. Und Prinzessin Leia, die kam sonst noch in einer 200 Euro teuren Tente vor. Boah, jetzt kommt sie mir weiter an, das hätte ich meinen, für Samurai ist es cool, für mich dann halt, der die Tente vorhat. Wo halt auch die Figuren ein bisschen ausschlaggebend waren, ist es so, lala. Aber man hat sie halt dann zweimal, passt auch. Ich sehe hier allerdings nicht, in der Tente hatte sie noch die normalen weißen Beine hier anscheinend, nur das Rockteil. Okay. Ja, also ich glaube mit Rabatten, also unter 40 Euro wird sich das Ding einfach mal eingesteckt, es wird sich geholt, es passt. Spring Loaded Shooter, da haben wir überhaupt zwei dabei. Bei den alten, bei dem von Paul Dameron waren vier dabei, auf jeden Flügel eins. So sieht es nicht ganz so synchron aus, ich glaube, die lasse ich dann einfach weg. Mal schauen. Empfehlenswert für die, die noch keine haben. Und da kann man sich ruhig mehrere davon kaufen, denke ich dann. Wenn das System halbwegs passt, glaube ich, wird das ein guter Deal. Bin da zuversichtlich. Vor allem jetzt für die, auch für die Bestandskunden, was den X-Wing-Fighter angeht, für den Neukunden, vor allem was den TIE-Fighter angeht. Oder für den Neukunden ist es eigentlich, ebenbürtig sind sich da die beiden, nur Bestandskunde, glaube ich, rechnet sich der X-Wing mehr. Ja, soweit mal zu meiner Einschätzung. Wir kommen mal zu etwas, was schon etwas länger am Markt ist. Gutes halbes Jahr halt. Ich nehme mal kurz einen Schluck. Also, wir haben hier den AT-AT mit einer UVP von 149,99 Euro. Das ist zu viel. Der rasselt auch schön auf 120 runter. Dafür kann man ihn, glaube ich, bedenkenlos mitnehmen. Ich habe ja hier noch meinen, na, wo ist er? Ich glaube, hier oben, man sieht ihn. Sieht man ihn gerade noch? Ich switch mal wieder hier. Das OBS, jawohl. Ja, Ober-Epics-Karte, das ist ein Miner, der ist schon leicht uralt. 2012 auch, also, da war, da war auch Captain Rex, war da auf der Verpackung. Gut, in alten Seiten von Star Wars. Wobei, bei meinen nicht alles Gold ist, was glänzt. Also, der neigt dazu, Teile zu verlieren, wenn man damit spielt. Der hier sieht mir schon stabiler aus. Glaubt der. Also, hätte ich noch keinen, würde ich den nehmen. Gefällt mir besser als der Vorgänger von dem, der von 2015, der damals zusammen mit dem 75-055-Sternzerstörer auf den Markt kam. Gefällt mir der, muss ich ehrlich sagen, besser. Kanone ist auch, glaube ich, überall dabei. Der Speeder ist auch neu hier vorne mit dem Design. Da gefallen mir die alten Speeder besser. Auch wenn der jetzt natürlich deutlich akkurater ist und der Filmversion deutlich besser nachempfunden ist. Das gilt auch für ein AT-AT an sich. Also, hier passen zwei Piloten ins Cockpit. Das ist bis jetzt der AT-AT, der der Filmversion am nächsten kommt. Das finde ich super. Wie gesagt, wer ihn noch nicht hat, den kann ich auch empfehlen, obwohl ich ihn selbst nicht habe. Also, der ist ganz okay. Also, solide, obere, Mittelklasse, würde ich sagen. Anakins Jedi Interceptor an sich eine gute Idee. Mal wieder was von Episode 3, 29, 99. Die bleiben ja relativ preisstabil. Preisstabil, preisstabil, ähm, das Ding gab es so schon hundertmal gefühlt. Allerdings, damals noch mit den richtigen Figuren, das hier ist Anakin Skywalker aus dem Duell von Mustafar zusammen mit Obi-Wan. Und der hat mit dem Thorso ja natürlich nichts zu tun. Und der Thorso ist hier von Alava zerfetzt. Das passt sowas von gar nicht in die Szene. Hier hat man leider Figuren recycelt, muss ich schon fast sagen. Das finde ich schade. Deshalb schaue ich da eher, wenn ich ihn noch nicht hätte, würde ich mir die vorgängige Version gebraucht holen. Da ist dann der richtige Anakin dabei. Dann haben wir hier unten noch Figuren, die gehören. Aber dann auf diese Seite, nämlich hier zum Armored, ich kann lesen heute nicht mehr. Armored Assault Tank, kurz AAT. Für 39, 99, für 30, glaube ich, wird es ganz okay. Er ist hier so ein bisschen, wie soll ich sagen, vom Stil her, so ein bisschen Zeichentrick, Manga, Anime. Hier unten ist es dicker als im Film und in der Serie. Und die Kanone ist ein bisschen länger. Also von den Proportionen her passt das Ding nicht so ganz. Aber es ist relativ beliebt wegen den Figuren. Vor allem wegen Ahsoka Tano und Ahsokas Clone Trooper. Staffel 7 von The Clone Wars habe ich nicht geschaut. Ich kann euch da gar nichts dazu sagen. Dementsprechend auch nicht spoilern. Aber 4 Figuren, 40 Euro. Wenn man es für 30 Euro mal schießt, glaube ich, kann man das ganz gut empfehlen. Ich habe ja den alten von The Clone Wars. Da fehlen mir leider ein paar Teile, die muss ich mal nachbestellen. Aber ich werde mir den eher nicht holen. Dann müsste ich dann schon noch stärkere Rabatte holen. Aber für 30 Euro, für jemanden, den noch nicht hat, kann man da, glaube ich, auch nicht viel falsch machen. Dann haben wir General Grievous Starfighter. Da sind wir beim Thema nicht viel falsch, aber natürlich auf einem ganz anderen Level. Die Idee an sich super. Das Raumschiff hat auch genug Screentime eigentlich. Wenn man an Episode 3 denkt, kommt in The Clone Wars häufiger vor. General Grievous ist ein super beliebter Charakter. Gefällt mir sehr, sehr gut. Allerdings ist das ein Downgrade im Vergleich zu dem The Clone Wars. General Grievous Starfighter, den ich auch habe. Man merkt, ich habe viele alte The Clone Wars Sets. Wenn wir bei der Cockpit-Taube anfangen, das ist die gleiche wie damals. Dann hat man diesmal keinen Mechanismus, der das Ding davor hin und her zu schlackern, was ich mitbekommen habe. Also ein, zwei Reviews. Dann hier Statshooter statt normalen Kanonen. Hier kann man aufklappen. Hier hat man noch einen Spring-Loaded-Shooter drin. Okay. Ich finde die Spring-Loaded-Shooter eigentlich ganz okay. Also besser als die Statshooter gefallen sie mir auf jeden Fall. Hauptkritikpunkt, auch hier wieder Figuren-Auswahl. Auch der Obi-Wan stammt aus dem Duell von Mustafa Fassett und gehört dementsprechend nicht herein. Airborn Clone Trooper. Also ich glaube, es wird Zeit für eine neue Brille. Ich sehe mal nicht mal mehr die 40 cm bis zum Bildschirm hier die Schrift. Airborn Clone Trooper. Da gehört Cody rein. Ohne Zweifel gehört da Cody rein. War Cody beim ersten General Grievous Starfighter dabei? Ich glaube nicht, auch nicht bei der Reptil-Verfolgungsjagd zwischen Grievous Radgleiter und Obi-Wans Super-Exe da. Aber hier hat man eine Gelegenheit gehabt, Commander Cody mal wieder zu bekommen. Die Gelegenheit hat man ausgeschlagen. Finde ich schade. Und nur drei Figuren für 80 Euro ist halt auch ein Hammer. Ich meine, hier, das Ding kriegst du für 30 und hat vier Figuren. General Grievous ist so, ja, ich verstehe es nicht, warum. General Grievous in Episode 3 weiß sein sollte. Für mich ist er eindeutig gelb. Ich kann euch da nicht helfen. Vielleicht ist es wie diesen Kleid, was da vor Jahren durch die Medien gegeistert ist. Die einen haben es irgendwie weiß-gold und die anderen blau-grau oder so gesehen. Dabei war es einer dieselbe Farbe. Aber für mich ist der im Film und in The Clone Wars gelb. Kann mir nicht helfen. Der ist gelb. Ich weiß nicht, warum man den jemals weiß lackiert hat. Es gibt auch weiße Actionfiguren, habe ich bis heute nicht verstanden. Für mich ist er gelb und punkt. So, dann haben wir Clone Trooper der 501. Legion. Das ist ja das Nächste, was im Moment noch so an den Battlepack rankommt. Beziehungsweise was in nächster Zeit an den Battlepack rankommen wird. Denn die aktuellen Battlepacks werden schön langsam vom Markt gehen im nächsten Jahr. Also heuer eigentlich. Ich bin auch nur in den 2.20 stecken geblieben. Und es sollen keine neuen Battlepacks nachkommen. Das ist schade. So, vom Set an sich. Ich habe ein Review gemacht übrigens von den wenigen Sets von der aktuellen Star Wars Serie, die es eben gibt. Aktuell. Es war nicht deutsch, aber egal. Und die ich habe. Und davon habe ich auch ein Review gemacht. Die verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch das Review nochmal nachschauen. Also dazu zählen. Zum Beispiel der Clone Trooper der 501. Legion. So, Review verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Speeder und der AT-RT, glaube ich, heißt er. Bin mit denen relativ zufrieden. Obwohl mir der Speeder besser gefällt als hier das Ding. Da gefällt mir das Touch-Shooter vorne. Und die magere Beinverkleidung irgendwie nicht so ganz. Vom Maßstab her. Wir wissen, es ist nicht der richtige. Es ist nicht der richtige Maßstab. Die müssten kleiner sein im Vergleich zu den Figuren. Da gibt es viele kritische Stimmen. Mir ist das eigentlich relativ egal. Also, ich glaube auch nicht, dass der jetzt im Originalmaßstab ist. Weil die sind im Originalcockpit nicht so extrem gequetscht. Hier beim Microfighter brauche ich gar nicht mit dem Originalmaßstab reden. Aber das ist auch nicht der Anspruch von den Microfightern. Ja, ich meine, es ist auch bei den größeren Sets so. Du kannst kein richtiges Lego-Raumschiff von Star Wars irgendwie im exakt gleichen Maßstab bringen. Oder zumindest gelingt das nur bei sehr, sehr wenigen. Hier bei Anakin City Starfighter hat man es, glaube ich, ganz gut hingekriegt. General Grievous Starfighter auch. Aber gerade, was auch die größeren Raumschiffe angeht. Also, wenn du einen Venator-Klasse-Kreuzer, Venator-Klasse-Kreuzer, sorry, baust. Also, der muss meterlang sein, damit das irgendwie mit dem Minifiguren-Maßstab passt. Von dem her ist... Der Maßstab stört mich hier nicht so ganz. Kriegt man mittlerweile auch für unter 25 bis 20 Euro definitiv empfehlenswert. Preislich hier oben, ich erwähne es nochmal kurz, 80 Euro. Der von der Clone Wars hat 50 gekostet und hat 50 Teile weniger oder so. Also, ich empfehle euch den von der Clone Wars. Kriegt er gebraucht für 40. Das ist die Hälfte von dem her, von der UVP. Also, lieber hier aufs Alte gehen. Transportschiff, der Ritter von Renn. Darauf habe ich mich zuerst sehr gefreut. Das fand ich richtig cool. Hier, der Preis war damals schon zu 70 Euro. Und dann waren die ersten Reviews auf internationaler Deutschsprachseite. Und das war wie ein Tritt in die Kinderplanung. Leute, ich sage es euch, das Ding hier, Halleluja. Also, ich weiß es nicht, was man hier falsch gemacht hat. Äh, das ist kein Transporter. Es ist einfach kein Transporter. Du kriegst unten keine Minifiguren rein. Ich weiß nicht, warum man das Ding an Transporter nennt. Der ITS von den Rebellen aktuell. Der ist leider Lego-Exklusiv und kostet 100 Euro. Aber das ist ein richtiger Transporter. Da kriegst du ordentlich viel rein. Das gleiche trifft auf die Razorcrest zu. Ich meine, das generische Kopfgeldjäger-Shuttle eines nur rein zufällig durch eine Serie bekannten Mandalorianers. So oder so ähnlich. Äh, ich weiß nicht. Eher nicht. Also, ich würde eher abraten. Und auch nur drei Figuren. Von der Optik sieht es geil aus. Also, da kann ich gar nichts sagen. Henry hat es gestern im Stream bei Flo gebaut. Also, gestern zum Zeitpunkt der Aufnahme des Videos. Ich verlinke euch auch den Stream nochmal unten in der Videobeschreibung. Er ist positiv überrascht. Also, er ist eigentlich relativ positiv gestimmt. Ich finde auch, das Ding sieht von der Optik her geil aus. Es ist mal was anderes. Es hat eher so was Speeder-ähnliches. Aber wenn du das Ding halt umdrehst, es ist hohl. Es ist einfach hohl. Man kann sich irgendwie wie eine Kopfbedeckung auf den Kopf klatschen. Es ist hohl. Ich weiß nicht, was daran 70 Euro kosten soll. Und was sich daran Transportschiff nennt. Das Ding ist hohl innen drin. Ich meine, Transportschiff. Schön, wenn innen was hohl ist. Damit man viel Platz hat, was reinzunehmen. Aber das Ding hat keinen Boden. Das Ding ist ein Gerüst. Also, hier die Platte außen ist das. Dann oben Platte drauf. Und dann hier die nächste Platte unten ist nix. Nix. Du kannst das Ding so wie Thanos Handschuh verwenden. Das Ding hat unten nichts außer Landekufen. Ich verstehe es nicht. Ich habe mich so drauf gefreut auf das Set. 70 Euro gespart. Okay, Angebot. 45 Euro gespart. Geschenkt. Wir machen weiter. Lerne einige der berühmtesten Charaktere der Galaxis kennen. Wo haben wir denn hier den X-ten Luxe Landspeeder? Achso, Charaktere, nicht Shuttles oder Speeder. Verbringe Zeit an legendären Orten und spiele aufregende Action-Szenen aus den Original-Filmen und den früheren Episoden nach. Ja. Ich meine, der Text passt halt nicht wirklich auf die Seite. Vor allem der zweite Teil. Verbringe Zeit an legendären Orten und spiele aufregende Action-Szenen. Legendäre Orte. Okay, Obi-Wans Hütte habe ich jetzt nicht als so extrem legendär im Kopf. Und vor allem Action-Szenen noch weniger. Also der Tusken-Raider hat Luke irgendwie kurz mal niedergeschlagen und es dann abgehauen, als er Obi erblickt hat. Und that's it. Ja, mei. Frühere Episoden. Mandalorian-Battlepack, das ist aus der Serie. Keine Episode. Die Hütte ist halt irgendwie abgespeckte Yodas-Hütte, finde ich. Also wenn ich nur den Tusken-Raider haben will, wäre ich hier. Also da würde ich mir den holen. Hier hat man mehr an Teilen dabei, habe ich zumindest jetzt mal das Gefühl. Oder mehr an kleineren Sachen hier. Speeder, Armbrust und Hütte mit Feuerplatz. Und hier ist halt... No, Bild. Hier ist halt nur eine Hütte. Ich meine, der ist ja auch nur angezeigt. Der Wasserdampf-Generator oder was das genau sein soll, der ist ja auch nicht hier dabei. Da wird mir ein Hologramm von Prinzessin Leia. Okay. Und vier Figuren. Okay. Solide für 20 Euro, aber ich brauche es jetzt nicht. Das spricht vor allem die Mandalorian-Fans an, sowohl von der Clone Wars als auch von der Mandalorian von der Serie. Ich habe es nicht noch. Mal schauen, vielleicht hole ich es mir irgendwann nochmal. Gehen wir mal weiter. Snowspeeder. Vier Plus. Das Vier Plus. Vier Plus. Man braucht kein Star Wars, um mit Lego einzusteigen. Star Wars ist ab 12. Okay, Episode 1 ab 6. Also, ich brauche dafür kein Vier Plus-Set. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum. Egal. Das ist... Sonst verliere ich mich hier nur in meinen Gedanken, aber... Ich finde, man sollte nicht mit Star Wars in die Lego-Welt einsteigen. Es bringt halt nichts. Ich meine, man spielt ja Mord und Totschlag eigentlich nach und dann sind die Dinger ab Vier Plus. Ihr erinnert euch, was bei der Osprey für ein Theater war? Ich weiß. Realität und Fiktion und Rüstungshersteller gegen Filmindustrie. Aber ich wollte es nochmal kurz anmerken. Ich brauche die Vier Plus-Dinger in der Star Wars-Serie. Nichts. Sitte gerne. Friends. Okay. Gibt es, glaube ich. Gibt es Friends? Friends? Vier Plus? Keine Ahnung. Ich habe die volle Ahnung hier. Also, man merkt, ich kenne mich top aus. Ähm... Riesenform, der... Nö. Nö. Mö. Mö. Ist alles, was ich dazu sagen kann. 12 auf Mustafar. Ja, zwei Figuren, 25 Euro. Also, man kriegt es zwischendurch für 16. Dafür ist es okay. Eigentlich zahlt es sich dann aus, dass man sich das Ding fünf, sechs Mal holt. Und man baut das hier ordentlich nach, weil der Arm ist halt im Film auch nur ein Miniteil von dem Ganzen, worauf die da rumreiten im Lavastrom von dem her. Lustiges Detail am Rande. Das habe ich auch aus einem Review eines deutschsprachigen YouTubers. Ähm... Das hier Anakin eigentlich vom Bild her den High Ground hätte. Okay, vielleicht hat sich da in der Grafiker einen Schmäh erlaubt, was weiß ich. Eigentlich hätte in der Szene keiner von beiden noch den High Ground, weil beide noch auf der Plattform schweben und Obi-Wan noch nicht hier hinten auf diesem Felsplateau neben einem Lavafluss steht. Deshalb erübrigt sich hier ein bisschen die Frage nach dem High Ground, aber das kann man so sehen, wie man möchte. Ich finde, Star Wars-Memes, vor allem, was Episode 3 schaut, oder Episode 3, am besten nur wegen der Memes an. Nicht nur, aber die Memes sind auch in den Heimat. Ist okay, glaube ich, das Set. Für 16 Euro kann man nicht für falsch machen, wenn man nur das mal nachspielen möchte. Der obligatorische Landspeeder hier mit noch mehr Sticker und weniger Bautechniken. Okay, die Bautechnik hat sich hier hinten auf die Turbine verschoben, da vorne nur noch ein Aufkleber, das war bei den alten besser und hier noch ein Java in der Ecke. Das ist auch so Photoshop für Anfänger, aber... Ich habe zwei Landspeeder, einmal aus der alten Kantine, einmal so noch. Damals auch für 29,99, damals gab es, soweit ich es jetzt weiß, sieben Figuren dazu. Äh, Sturmtruppler, äh, Imperialer Droide, C-3PO, R2-D2, Obi-Wan, Luke. Also ich komme jetzt mindestens auf sechs Figuren. Och, damals 30 Euro, ein Landspeeder. Okay. Finde ich besser als das hier, muss ich sagen. Wir schauen weiter. Eine Galaxis voller Spannung und Spaß. Hier haben wir Episode 9, das hat ja nicht jeden Fans so viel Spaß gemacht. Kyle Lorenz Shuttle, definitiv besser als die alte Version. Ich habe es nicht, aber man kriegt es unter 90 Euro und ich glaube auch da kann man dann... Wenn man Episode 9 mag, Kyle Lorenz cool findet und hier ein paar Ritter von Renn noch braucht. Äh, Sith Trooper, First Order Stormtrooper und General Pride. Der ist ja hier Set exklusiv, also sechs Figuren für 120 Euro. Man kriegt es, wie gesagt, für 90, dann passt das, denke ich auch. Widerstand, Y-Wing. Diese Mischung aus Weiß, hinten ein bisschen Lila angehaucht und Rot, da habe ich die Gelb-Weißen lieber. Nur noch für kurze Zeit, ATSD-Räuber. Nur noch für kurze Zeit schreibe ich meistens, wenn ich auf Willhaben oder Kleinanzeigen ein, zwei alte Star Wars oder grundsätzlich alte Lego-Sets verkaufe. Und dann schreibe ich manchmal nur noch für kurze Zeit zu diesem speziellen Sonderpreis dazu, weil ich merke, ich kriege es nicht weg und ich brauche den Platz für was Neues. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der ATSD-Räuber jetzt irgendwie so schlecht läuft. Also, hier bei 4 Plus würde ich es verstehen. Hier, okay. Cara Dune ist ja hier auch eigentlich, doch, ist Set exklusiv. Und hier noch Mando in der alten Rüstung. Ich habe meinen Rogue One ATSD, mir gefällt der persönlich besser. Dann haben wir hier weiter Episode 9, Sith-Tilefighter. Hier haben wir eben 70 Euro zum Beispiel. Dafür ist das Ding halt auch ein ganzes Eckhalter größer als der hier. Ja. Man hat ja Gott sei Dank noch die Wahl. Man kann auch hier noch einen großen X-Wing sich holen bis in eine andere Farbgebung. Der Millennium fällt mir jetzt sowieso immer rein. Hier hat man zwar das Problem gelöst, dass wenn man von oben drauf schaut, dass die Zerklüftungen geringer werden. Allerdings, wenn man von der Seite drauf schaut, alles, was hier Photoshop-mäßig verdunkelt wurde, du siehst durch das Modell mal schräg durch. Das ist blöd. Kommt darauf an, wie du es im Regal stehen hast. Wenn du es so aufgestellt da drin hast, dann fällt es weniger auf, als wenn du es jetzt genau flach auf Augen hörst, weil dann schaust du halt quer durch. Ich habe die Millennium Falcon von 210. Aber hier gefällt mir besser, dass hier diese Löcher vorne, diese Transportöffnungen nicht nur mit einem Sticker angedeutet sind, sondern die auch wirklich gebaut wurden. Das finde ich super. Und Lando ist dabei. Lando ist sowieso ein Highlight. Finde ich eine coole Figur. Passt. Dann eben, den hatten wir schon. Hier nochmal Sith Troopers Battle Pack. Das war jetzt das letzte Battle Pack neben dem Mandalorian Battle Pack, was ich gesehen habe. Also, die werden uns relativ bald mal verlassen in diesem Jahr. Hier haben wir Mandalorian Anti-Child. Das läuft. Das läuft auf alle Fälle. Super Figur. Und ich bin kein Brickhead-Sammler, aber die zwei finde ich geil. Das passt. Und hier haben wir noch D.O. Zu teuer für zu wenig. Ich brauche es nicht. Yoda, den haben sich viele gekauft, um damit die Mock-Variante zu bauen. Und jetzt haben wir einen eigenen Baby-Yoda. Jetzt gibt es einen eigenen. Naja. Das war es dann schon. Als nächstes ist dann Mindstorms dran. Was würde ich mir wünschen, was es mal gäbe noch von Lego Star Wars. Auf alle Fälle eine genoceanische Arena. Wir hatten nur nochmal das Duell an Geonosis mit Yoda, mit Count Dooku und so. Aber da gehört mal wieder mehr an Geonosis. Da gehört Dexter Steiner Episode 2, wenn wir schon dabei sind. Episode 1, 2 und 3. Wir hatten immer noch kein Jedi-Tempel. Es gibt Gerüchte für UCS jetzt wieder 800 Euro und noch ein anderes Set für 350 Euro. Und der Adventkalender soll auf, oder ist das Dollar? Der Adventkalender 40 Dollar. Ich bin gespannt, ob der dann bei 40 Euro liegen wird. Mal schauen. Aber UCS hat 800 Dollar, 350 Dollar und anderes großes Set. Und das nächste drunter dann wäre, glaube ich, bei 160 Dollar oder so, was jetzt die ersten Gerüchte sind. Ich würde mir noch einen Endor-Bunker wünschen. Die Auflage wäre nämlich dringend nötig. Ich würde mir einen Type-Bomber wünschen. Auch hier wäre eine Neuauflage wirklich, wirklich prickelnd. Es gibt sonst nochmal die Landeplattform auf Endor mit der Satellitenschüssel. Finde ich auch mal cool, wenn es die mal gäbe. Was haben wir noch? Ich gehe mal gerade die Prequels noch durch. Na klar, Separatisten-Fregatte wird noch keine. Invisible Hand, Grievous Flaggschiff, UCS, Venator, Klasse, Kreuzer. Ich warte drauf. Bitte, bitte, bitte. Obwohl ich Episode 8 wirklich nicht mag, auch das Schiff von Snoke wäre eine Überlegung wert in Lego. Finde ich zumindest. Also es gibt viele, viele Sets, die Lego mal auf den Markt bringen könnte. Ich weiß, sie haben durch Solo Episode 9 und Episode 8, glaube ich, ziemlich viele Bestandskunden verloren. Aber, und die anderen gehen jetzt wieder auf die Neukunden, indem sie wieder vieles aus der Original Trilogy, also ich meine, Millennium Fallen kommt das sowieso immer vor, bringen. Also hier eben Obi-Wans Hütte, dann AT-AT, X-Wing, TIE Fighter. Ich meine, Lorien könnte auch mehr kommen eigentlich noch. Wundert mich, dass sie da nicht noch mehr Sets raushauen. Prequels ist halt ein bisschen verstreut. Hier eigentlich das meiste. Wovon der hier definitiv das beste Set ist, gefolgt dann von dem, dann der. Und von der Idee her eigentlich dann noch der, aber Prequels sollte mehr kommen auf alle Fälle. Also wieder so ein republikanisches Angriffskanonenboot. Das gab es, glaube ich, auch schon mal, damals war Mace Windu dabei. Also finde ich auch cool. AT-T-E, könnte man auch mal wieder vertragen. Das wären so meine Wünsche für 2021 für die Sommerwelle von Lego Star Wars. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare rein, welche Sets ihr euch wünschen würdet. Wird mir sehr viel Spaß machen, wenn ich da lesen könnte, was ihr euch so von Star Wars da noch vorstellt. Vielleicht finden wir noch was, was wir uns alle noch wünschen, was ich hier jetzt aufgezählt, äh, zu vergessen habe. Aufzählen. Ansonsten, ich schaue hier mal kurz auf meine Recording Time. 29 Minuten, also knapp unter einer halben Stunde sind wir. Das Video wird alles so lang. Ähm, ich danke euch, dass ihr bis hier dabei geblieben seid. Ich wünsche euch alles Gute. Das nächste Mal geht es dann um Technik. Da kenne ich mich ein bisschen mehr aus. Ich hoffe, ich schwafel nicht da auch wieder eine halbe Stunde durch. Ansonsten, ähm, würdet ihr mich, wie gesagt, freuen, wenn ihr mir ein paar Kommentare schreibt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao. Euer Luca von Brickabreck. Servus.